Hi, ich bin Stanley. Stanley Buller. Die Leute haben immer gesagt, ich werde Trampel, Schusselick und solche Sachen. Die sollen alle ihr Maul halten. In Kneipenschlägereien haben immer die anderen den Kürzeren gezogen. Das gehört jetzt sowieso der Vergangenheit an. Seitdem diese Seuche überall und über alle hergefallen ist, hat sich alles verändert. Hier ist die Geschichte, wie ich gestorben bin. Ich habe es mir bei meinem Wiegervater gemütlich gemacht, aber das Essen geht zur Neige. Wo ist eigentlich die alte Schabracke? Der Typ bekommt kaum noch was selber hin, hat Demenz und der geht sogar manchmal raus und glaubt, er würde noch Post bekommen. Ich lasse ihn. Hoffentlich wird er irgendwann gebissen und dann kann ich ihm mit gutem Gewissen den Schädel einschlagen. Ich werde mir jetzt ein paar Sachen einpacken und auf Nahrungssuche gehen. Soll der Alte doch machen, was er will. Das Küchenmesser wird schon reichen für den ein oder anderen Bastard da draußen. Fischereibuch, das habe ich auch schon zweimal durch. Das könnte man wegwerfen, aber Müllabfuhr kommt ja sowieso nicht mehr. Na, der alte Baseballhelm ist auch schon öfter nützlich gewesen. Besser aufsetzen. Ha, Haarfärbemittel. Kommt jetzt auch keiner mehr mit, dass ich langsam graue Haare bekomme. Noch eine Pulle Bier, bevor es rausgeht. So, jetzt noch schnell ins Gartenhaus. Da habe ich einen Hammer deponiert. Den sollte ich eigentlich mal ins Haus holen. Ha, Ha, Ha. Sieh einer an. Die Nachbarin hat es jetzt auch erwischt. Die ging mir ständig auf die Nerven und hat sich versucht, bei uns Sachen zu schnorren. Zum Glück habe ich ihr nichts gegeben. Schaut mal, wie sie jetzt aussieht. Eigentlich war sie ja ganz hübsch. Aber das hat sich jetzt erledigt. Mach's gut, du Hexe. So, ab ins Gartenhaus. Ach, Scheiße, der Hammer ist schon ziemlich kaputt. Da habe ich wohl zu viele Köpfe mit zertrümmert. Der Schraubenschlüssel tut's auch. Oh, Scheiße, guckt sich einer das an. Der Alte. Ha, hat's ihn tatsächlich erwischt. So, jetzt gebe ich's dir. Oh, fuck. Stirb. Stirb. Ah, du alte Drecksau. Warum hältst du so viel aus? Ah. Oh, oh, oh. Scheiße. Fuck. 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 Wer hätte gedacht, dass der Alte mich zu einem von denen macht? Was für eine Ironie. Ich nehme noch ein paar von denen mit. Wo sind denn alle? Wo sind die? Hey, danke fürs Anschauen. So ist Stanley Fuller gestorben. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Würde mich sehr freuen. Und wenn nicht, einen Daumen nach unten. Und ich würde mich auch sehr über Kritik, konstruktive Kritik freuen, was man vielleicht besser machen könnte beim nächsten Mal oder so. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich hab da einfach mit. Und ich bin dein selves. Vielen Dank.